Wer ist Salva Mira? Wer ist Jesus? Wir haben die wildeste Monopoly-Map, Freunde, die ihr jemals gesehen habt. Von Multivitamin gebaut. Der Name sagt schon, wird wild. Okay, jetzt ist Otomans Anmut dran und dann dürft ihr entscheiden, welche wilder war. Wer ist meine Mutter? Wer ist dein Vater? Wer ist deine Schwester? Wir sind heute im Monopoly. Okay, Digga, hat schon Konkurrenz. Mir kann willst du auch noch eine machen oder egal? Ich hab Abt Mohammed auf Rücken. Okay, Freunde, wir gehen in die Map. Multivitamin, danke für die Map. Und ihr seht schon. Ich hab keine schönere Map gesehen als die, die ihr gesehen habt. Augen-Giorno. Augen-Giorno. Wenn das Essen wäre, würde ich sagen, 5-Sterne-Restaurant. Okay, warte. Wir machen erstmal... Okay. Ich hab eine 1. Mirkan hat eine 4. Warte, äh, ups. Falscher Wort. Hä? Hier. 3. Uh, Mirkan fängt echt an, Digga. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 4. Okay. 6. Okay. Bei mir 7. Okay, scheiße. 1. Der ist doch gut. 2. 3. Ich muss gar nicht stehen, du bist ganz hinten, Bruder. 4. 5. In der Ecke, im Knasch bist du. 6. 7. Wenn du reingehst, bist du raus. Gefängnis, du darfst da nur rein, wenn du auf das Gefängnisfeld kommst. Ah, hier ist nur zu Besuch, oder was? Zu Besuch, ja, ja. Okay, Roman, ich glaub, du bist der Zweite. Kauf das Gefängnis. Oh, Mann, würfel doch schon mal. Eine 5. Ich würfel mal direkt mit, weil ich hab keinen Bock, nochmal zurück zu. Ich würfel nochmal, weil ich hab keinen Bock. Ich hab eine 4, okay. Ich bin ein hinter dir. Ich brauch nicht 10. 1, 2, 3, 4 und 5, Digga. Ich hab den Flopper. Oh, aber hier, Freunde, Technik. Ich kauf das. Oh, was? Boom, man sieht seinen Statut. Aber guck mal, jetzt andere Technik. Ich kauf das. Boom, man sieht seinen Statut. Okay, Mirkan. Ja, Mirkan, du hast keinen Statut. Hier. Das Ding ist, man kann nicht schießen. Ich hoffe, das wird in der Fight Map anders sein. Wenn nicht Multivitamin müssen wir, glaub ich, jetzt nochmal neu starten. Okay. In Fight Map nur schießen. Ich hab nebenbei ein bisschen gepuppelt. Okay. Okay, Freunde. Okay. Mirkan, tu's. Oh, Wilde 0, Digga. Wilde 0. Okay. Wilde 3. Okay. 3 fühle ich. 1. Oh, er hat was Lila. Es war da. Einfach Hackett. Ach, Digga, ich will gar nicht gucken. Oh, wir gar nicht mehr mit mir spielen. Unendlich Schuss. Okay. Oh, wir würfel wieder zusammen, weil wir sind eh nebeneinander. Okay. Wetten, ich würfe jetzt eine Zahl mehr als du. Guck. Nee, dann müsste ich bezahlen. Ich hab eine 6, du hast eine 8. Oh, Wilde. Okay. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Ich hab eine 6. Ich hab eine 6. Oh, Wilde Double Pischlutz. Oh, Wilde Railgun. Kann man sich nehmen, Digga. Lest mal hier das hier, da drüber. Wenn jemand aufs Feld kommt und bezahlen muss, dann der Feldinhaber hier nehmen. Ich liebe den Jungen jetzt schon. Feier ich übel. Das könnte Abdus Zahmet gebaut haben, bin ich ehrlich, Digga. Das sag ich echt so. Abdus Zahmet schreibt so in den Chat. Wer hat sich da multi? Konkurrenz, Bruder, Konkurrenz. Ich schwöre. Okay. Ey, ganz kurz. Er hat mir gestern die Sniper vs. Runner Map gezeigt, wo er gebaut hat für mich. Ist gut, ist gut. Bro, die Map ist so gut, ne, André. Ey, ich sag dir ehrlich, du machst, während du Sniper vs. Runner grad wegrennst, weißt du? Ja. Musst du so Tendys lesen. Okay, meckern, Würfel. Eins, danke für dein Cash, Digga. Bro, bitte, das war... 100 Tacken auf deinen Nacken. Oh! Das hat sich gerhymt. Digga, Mailflames, wo bist du? Mailflames? Digga, der lebt doch gar nicht mehr, oder? Nee, der lebt echt nicht mehr, Digga. Der hat uns einfach, der hat einfach... Okay, du hast ne drei, ich hab ne vier. Warte mal. Eins, zwei. Ich komm auf dein Feld. Ey, komm rein, Digga. Eins. Zwei? Zwei? Ey, kommst du nicht. Doch, drei, vier und das, was du dir jetzt brauchst, Otoman. Ach so. Nee, aber ich hab doch drei. Eins. Ja, und er war ein hinter dir, Bruder. Zwei. Aber ich war zuerst dran. Spaß. Ach, hab ich das jetzt? Nee, 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 du musst einen weiter. Ja, oder? Du musst einen weiter, ja, ja. Warte, warte, nein, 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 nein. Jacke wär gegönnt, Digga. Bist es mal. Du musst einen weiter. Warte mal, was weiß ich. Zähl doch, Digga. Guck du was hier. Zwei. Zwei. Hey, Mann, leider eine Runde aussetzen. Hey, das stimmt halt echt. Ich wollte dich verarschen, aber du musst echt einen weiter, ne? Ich musste. Warte mal. Das war richtig. Wir berechnen das kurz, Digga. Ich war hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Otoman, musst du einen weiter. Doch, das passt. Ich hab ein Ja gewählt. Dankeschön dafür. Oh, Digga, ich hasse dich. Leider eine Runde aussetzen. Ja, toll. Otoman, Stimme hat sich kurz verändert. Einmal kurz. Ja? Fünf. Nein. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Oh, mein Gott. Das heißt, ich kann zweimal hintereinander würfeln, ne? Zwei. Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Ja? Doch, ist doch richtig. Was laberst du? Nein, nein, nein. Jetzt würfelt, jetzt würfelt André. Nein, 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 nein. Ach, dann ist Otoman wieder dran. Okay, ich hab eine Zwei gewürfelt. Hey, was laberst du denn? Wann hast du denn die Runde ausgesetzt, du Idiot? Gerade, die jetzt, die jetzt. Digga, was labert Otoman? Bro, du hast gewürfelt. Jetzt hat André mich einmal überrundet. Ja? Überleg, überleg doch mal, Milkan. Ja. Jetzt ist Otoman dran, und dann bin ich nochmal, und dann ist Milkan dran. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay. Otoman, tu es. Zwei. Eins. Oh. Einfach lila Jagd. Lecker, Digga. Okay, jetzt bin ich nochmal dran. Bitte keine Eins. Ich hab eine Sechs. Oh mein Gott. Wartet, soll ich nicht... Eins. Zwei. Wöffel nebenbei. Drei. Okay. Vier. Fünf. Das hab ich. Sechs. Ich hab irgendeine coole Waffe. Ich nimm dir auch. Du hast eine Null. Du hast eine Eins. Geh mal dein Geld lang. Bruder, bitte. Cashmash auf Cash. Cashmash, Cashmash. Bro, einmal. 240 auf Nacken, Digga. Ich hatte kein Geld mehr, ne? Also, ich bin jetzt wieder gut dabei. Oh mein Gott. Okay. Ich bin dran. Du bist dran. Tu es. Sechs. Das könnte eine gute Waffe sein, bin ich ehrlich. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Oh, irgendwas Gold ist. Auch. Wild. Aber kannst du es dir noch leisten? Normal. Boom. Boom, de la kack. Ich hab noch 250. Okay, ich hab noch 400. Aber, bin ich jetzt dran oder ist ein Milkan dran? Ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Jungs, der andere reinfahregefuhl. Nein, das passt. Warte, warte. Bevor ich eine Zehn würfel, müssen wir erst noch ein Milkan gucken. Ja. Milkan. Wenn du willst, gib noch ein bisschen mehr Geld. Zwei. Ah, nee. Aber die Waffe ist okay, Digga. Aber ich glaub, du kannst die gar nicht mehr kaufen, oder? Will ich nicht. Willst du nicht oder kannst du nicht? Nee, will ich nicht. Willst du nicht oder kannst du nicht? Will ich nicht. Kann nicht. Ich könnte jetzt nebenbei kurz... Ich hab noch 512. Oh, okay. 100. 512? Lüge. Ich guck jetzt. Okay, ich hab eine Zehn gewürfelt. Guck mal kurz nach in der Zeit. Ich guck jetzt. Zwei. Neun. Und ich bin auf Odemans Feld gelandet. Bekan, ich hab fünfmal gesehen, dass du das Holz neben dich gedroppt hast, du Opfer. Wie viel hat der, sei ehrlich. Er hat 512, er hat die Wahrheit gesagt. Ja, okay, wild, wild, wild. Okay, ich bin dran. Odemans, wenn du 100 Holz irgendwo siehst, nimm dir. Weil ich hab 100 Holz dir gegeben, weil ich bin nur bei dir gelandet. Achso, okay. Okay, ich bin jetzt am Arsch der Welt. Wie viel hast du? Null. Ich würfel nochmal. Ja, würfel nochmal. Vier. 1, 2, 3, 4. Okay, du kommst an den Start. Ja. Aber ich glaube, wir müssen 100 holen. Wenn man dran vorbeigeht, kann man sich das nehmen, ne? Ja. Andre, wenn du über den Start gehst, darfst du 100 nehmen. Nimm zweimal 100. Nimm zweimal 100, oder? Ja. Nimm zweimal. Zweimal, okay. Habe ich genommen, habe ich genommen. Okay, Mirkan. Ja? Wäre cool, wenn du auch mal irgendeine Straße kriegst. Ich habe einen Raketenwerfer. Das war es aber auch, Digga. Okay, würfel. Zwei. Bro, bitte, ich muss... Ein. Bitte, Bruder. Du musst ins Gefängnis, Digga. Gefängnis, guck hinter dir. Hey, wird das so geschrieben? Ja, natürlich wird das so geschrieben. Wie hättest du das jetzt geschrieben, Meckan? Wenn du jetzt nicht hingucken könntest. Gefängnis? Gefängnis. Hey, Gefäng... Was ich verstehen könnte, ist vielleicht mit Doppel-S. Nein, Gefängnis. Gefängnis. Meckan, geh in den Knast. Geh einfach da und bleib da, okay? Gefängnis. Gefängnis. Warte mal, ich glaub, du kommst dann nie wieder raus, ne? Ich bin dran. Okay, du bist dran. Ich bin dran. Sieben, okay. Ich war da hinten bei dem Odoman. Zwei, drei. Ach, sieben, ich bin bei Meckan im Such. Du bist bei Meckan zu Besuch, Digga. Mutter. Motherfucker. Ich hab wieder eine Zehn. Ich will keine Zehn haben. Ich hab da eins. Ich hab da eins. Oh, Schnaiper, Digga. Die ist einfach stecken geblieben. Ah, nee, warte. Okay, warte mal. Warte, warte, meine Schnaiper ist stecken geblieben. Woher ist die stecken geblieben? Ah, weil ich volles Nimmertal hab. Ich nehm mit, warte. Gib sie Meckan, Digga. Ich geb sie Meckan. Oh, cringe. Meckan, komm. Wir machen Dings. Geschenk hier. Geschenk für dich. Okay, warte. Meckan muss jetzt, warte, warte. Sechs Würfeln, drei Versuche. Ja, ja, ja. Null. Null zählt er nicht, ne? Null zählt als Null, Digga. Zwei Versuche noch? Nee, nee, nee. Würfel hat auch ein Glück. Okay, Zehn. Du hast ne Zehn. Du hast schon, du hast schon, du hast schon. Du hast schon, du hast schon. Entspann dich. Ah, dann bin ich draußen. Jetzt darf ich nochmal. Jetzt darfst du nochmal. Eins. Ah, okay. Was ist hier? Bautim braucht Geld. Zahl 100. Bruder. Junge. Hey. Alles tut gut beim Volk. Alles tut gut. Okay. Ohne Mann. Okay. Ich glaub, du bist jetzt dran. Monika, sus. Acht. Warte, ich würfel direkt mit. Ich hab ne Drei. Hallo? Eben war ne Null. Eben war ne Null. Eins, zwei, eins. Drei. Oh, Barrett. Ich kauf's dir einfach, weil Mirkan da gleich reinläuft. Barrett Obama. Barrett. Oh, yes. Ich bin bei Andres im Feld und muss blechen. Gib. Wie viel? Äh, 240, Andres. Hast du noch genug? Ja. Okay, gib mal her. Nimm dir. Ich glaub, Mirkan geht gleich pleite und dann gehen wir in den Fight. Okay, Mirkan. Du würfel jetzt jetzt ne Eins mit Ansagen. Ich sag's dir. Egal, ich muss zu der Punkte, 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 so. Ah. Punkte, 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 Punkte. Digga, ihr habt nur eine Straße und da kommt er hin. Guck mal, die anderen sind alle von uns gekauft, Digga. Ich bin auch mit. Darf ich nochmal? Also, das Ding ist, ich bin raus, weil ich hab meine Kripp. Ich hätte jetzt noch ne Pumpgun haben können, aber die gibt, glaub ich, gar keine. Deswegen, ich sag, ich bin raus. Ich hab zwei, 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 eine Allgäh, Digga. Ich bin dran gekommen jetzt. Du hast ne Sieben. Okay, Mirkan, Würfel auch. Ja. Du hast ne Vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, du kriegst Cash. Auf Cash. Oder man, du bist genau auf mein Feld, oder? Nein, nein, ich bin... Nein, nein, nein. Musst du mir cashen, flashen? Nein, aber, ey, André, hast du noch ein bisschen Geld? Ja, aber gib ich dir nicht. Komm, gönn mal, gönn mal, bitte, gönn mal. Boah, gönn mal, bitte, 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 bitte. Nur, wenn ich mir eine kaufen darf. Wenn du genug Geld hast, um mir auch eine leihen kannst? Das weiß ich nicht. Musst du jetzt selber rausfinden, ob das genug ist. Oh, ja, Baby, es reicht. Ist es? Ja, es reicht. Okay, mirkern wir jetzt auch eine? Okay, ich bin raus, ich bin raus, mirkern, du darfst jetzt mal... Mirkern, du darfst jetzt noch so viel würfeln, wie du willst, bis du pleite gehst. Drei, und du bist pleite. Ich hab jetzt noch 240. Hast du noch? Okay. Vier, und du bist pleite. Ne, wieder im Gefängnis. Jungs, komm, mit Knast, drei, warten. Nein, 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 nein. Komm, fein, wir beifahren. Ey, Waffel umsonst. Ich nimm die mit. Was für ein Waffe umsonst. Das ist doch meine. Ach so. Fightmap, nur wenn der Erste kein Geld mehr hat. Okay. Oder einer hat so sehr gemobbt, dass das... Mal gucken, ob wir schießen können. Ich bin ehrlich, ich hab... Ich hab die... Ich glaub nicht, dass wir schießen können. Das ist die Fightmap. Okay, ich geh in vier rein. Also ich dachte, das wäre Fightmap. Ich glaub, wir müssen tanzen. Doch, geht, 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 geht. Oh. Let's go. Wegen Map, Digga? Hä? Wir sind richtig ready. Normal. Ich hab übel Angst, weil die Map ist todesoffen. Ah! Wie kam das? In dein Arsch! Äh, ja, gib mir in dein Arsch! Oha, sorry, Digga. Jetzt kommt der Kampf von hinten schießen. Ohne mal hab ich nicht so Angst, bin ich ehrlich. Ja, Digga, es war so klar. Er hat nur eine Waffe und die benutzt er halt auch. Die Waffe macht keinen Sinn bei ihm, glaub mir. Er kriegst jetzt einen No-Scope in dein Kopf. No-Scope in dein Kopf! No-Scope in dein Kopf! Oh, oh mein Gott! Oh, was? Irrgenehm, Digga. Ey, wir müssen Mirkan rausnehmen, Digga. Er hat einen Spawn, er macht den Burak. Er macht grad den Kidmaff, er geht rückwärts. Digga, ich kann nix machen. Jungs, Real Talk. Warum? Äh, ich hab, guck mal mein Waffen an. Jungs. Oh mein Gott, Ghost hit in seinen Arsch. Real Talk, Mirkan. Ja. Ich hab unnummern kassiert. Ey, die Waffen, die ich da hingedroppt hab, mit der killt er mich jetzt, Digga. Warum hab ich gesagt, nimm. Ich weiß nicht, wo Otoman ist. Äh, Jungs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben noch ein Leben, Jungs. Oh mein Gott. Mirkan darf nicht gewinnen. Mirkan ist so eklig, Bro. Mirkan darf nicht gewinnen. Wir müssen ihn fokussen, ich sag dir ehrlich. Ich weiß nicht, wo Otoman spawnt. Jungs, wartet mal kurz. Okay, wir warten. Ich weiß nicht, wo Otoman spawnt. Ich weiß nicht, wo Otoman spawnt. So, ich glaube, ich spawne. Er ist beim Brunnen. Beim Brunnen, du? Nein, du hast keine Chance. Mirkan, du hast keine Chance. Mirkan, ich gönne dir so hart, wenn du gewinnst. Digga, okay, Digga. Er ist Leben verloren. Echt jetzt? Nein. Aber er weiß, wo ich spawne. Das ist scheiße. Oh. Bro, diese Waffe. Bitte. Double Fortnite Barrels. Ja, Mirkan hat mit dem größten Kackloadout ever gewonnen, Digga. Leute, wenn euch das gefallen hat, kurz geht raus an die Map. Die war 8 Sterne, Digga. Obwohl es nicht mal 8 Sterne gibt. Wir sehen uns morgen. Crater Code. Ciao. Ciao. Ciao.